Dr. Jäger Meine Damen und Herren, wir haben hier im Studio einen prominenten Gast auf der Durchreise nach Brasilien. Jetzt möchte ich Sie fragen, was sind denn Ihre Pläne für die nächste Zukunft? Ich habe viele Niederlagen einstecken müssen. Das heißt, ich wollte ja das deutsche Volk malen. Ich wollte es ja heranbieten. Ich wollte es ja abbieten. Ja, also, aber es war wirklich so, dass man dann nach, wenn man so zwei Wochen mit ihm zusammen war, fing man an, ein bisschen so zu hören und so zu denken wie er. Und das war nicht ganz ungefährlich, weil man ja dann wirklich nichts mehr, es gab nichts mehr, was man ernst nehmen konnte. Ich weiß noch, ich stellte das Radio an und kamen irgendwie Nachrichten. Sofort dachte ich an Heino Jäger, weil dieser ganze falsche Ton oder, was es auch war. Im Grunde genommen gibt es bald keine Landschaft mehr oder die Meere kippen um. Das würde ich, wenn ich da noch leben würde, in 100 Jahren dann gerne malen. Und was mich verwunderte, auf sein Schreibtisch, er hat ja sehr saubere, große Zeichnungen gemacht, ohne einen Flecken. Und auf den Schreibtisch, also sein Arbeitstisch, da war auch mit Nägeln eine Speckschwarte draufgenagelt und eine halbe Leberwurst und so edlem weißem Papier, wie er die in der Dreckbude anfertigen konnte. Und das war auch mit Nägeln eine Speckschwarte draufgenagelt und eine halbe Leberwurst und so edlem weißem Papier, wie er die in der Dreckbude anfertigen konnte. Und das war auch mit Nägeln.